Ich freue mich, dass unser Zyklus der frühen Verdi-Oper nun mit der CDF-Eröffentlichtung von Il Lombardia la Prima Crociata vorgesetzt wird. Schon das Konzert war ein riesiger Erfolg und es war mir wieder eine sehr große Freude, mit einer solch außerordentlichen Sängerriege zusammenarbeiten zu dürfen. Das Münchner Routfunkorchester ist das perfekte Opernorchester. Ich kann mir kein besseres für dieses Repertoire denken. Und der Chor des Bayerischen Routfunks hat sich mal wieder selbst übertroffen. Diese Oper bietet einige große Chorszenen, in denen der Bayerische Routfunkkor sein außerordentliches Können wieder einmal unter Beweis stellen konnte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und Entdecken einer früheren Verdi-Oper, die viel zu selten zu hören ist.